so hallöchen willkommen bei einer weiteren folge von state of decay wir sind dabei die waffenkisten zusammen zu kratzen die es so gibt hier auf der map von mega valley so jetzt brauchen wir natürlich noch ein begleiter wir nehmen wir mit martin wir nehmen martin mit martin wo bist du wieso ist dennis denn den haben wir doch weg geschickt wird gerade sagen so wo ist martin hier ist er nicht da oben ist er ja komm mal mit müssen wir ihn nur noch mal ja kommst du jetzt oder was bewegungsmuffel oder was schauen wir mal ausstatten haben wir noch einen großen rucksack nur noch sieben naja gut den kriegt er mit und äh wo haben wir heilung den und den sicher ist sicher so dann reparieren nochmal die karre benzin brauchen wir nochmal gut unsere nächste location war ist hier unten irgendwo hier die wir vorher nicht abgegrast haben gut und die nächste ist hier unten irgendwo also alter womit ballern die denn voll die geschütze ja munition sollten wir vielleicht auch mal mitnehmen so schrubflenden muni wo haben wir die äh habe ich das jetzt auf den augen oder wo ist die haben wir keine doch da acht schuss nochmal naja nicht wirklich die welle aber besser als gorex so 7,62 haben wir jetzt auch ein bisschen mehr und hier das fette ding unendlichen zorn jajaja die haben wir gekriegt und die ak eines preppers haben wir auch noch gekriegt dann in dem modell 870 haben wir noch gefunden active warrior wo habe ich die denn her naja egal die muss einer von den begleitern irgendwie dabei gehabt haben mhm benzin müssen wir uns mal herstellen so äh 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 wo kriege ich das benzin her schiede für den brunnen ne da da kriegen wir benzin nehmen wir mal zwei mit zum schließfach hinzugefügt gut wo haben wir die denn jetzt da unten zack zack einpacken und los ihr wollt ja auch schließlich sehen wo es die dinge ergibt die waffen mod äh mod waffen kisten ne den machen wir jetzt nicht ganz sicherlich nicht so mal die andere kiste soll hier hinten irgendwo sein langsam da mal hoch die ist hier in so einer kleinen hütte drinnen lassen wir mal was er da unendlich duster hier unendlich duster hier da der ist hier drinnen wo kommt die denn jetzt alle her die wer da und siebte waffen kiste jetzt und nochmal L50er Patron sehr gut die kommt da hinten rein der kommt rein ach das ist ja die Pumpgun Action dann rüsten wir die doch gleich mal aus für ihn dann kriegt er sie in die Flossen so die nächste ist hier unten so die nächste ist hier unten da kann ich einen weiter über der Brücke was erzähle ich hier euch die ist hier irgendwo versteckt da da ist das Container Lager na du willst doch nicht hier meine 7 angreifen oder also hier ist das Ding hier wo Container Lager ist und dann hier bei dem da da liegt sie mal gespannt was wir da drinnen finden ne Pistole Schläferzellen ppk ok egal nehmen wir mit alles einsacken was geht so die nächste ist hier oben am See da soll sie auch noch sein so können wir erstmal wieder was einlagern so Kopfraum auf und Munition rein haben wir zwei Slots wieder frei hier gibt es aber noch was mehr wo ist denn wo ist denn naja da täusche ich mich voll ne gut nope 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 so ja können wir hier den Weg lang fahren wo ist denn der Weg wo ist denn der Weg da so ein elendig aufgeblähter schon wieder ein Tourist hab ich genau gesehen wo ist denn der Weg 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 gibt es keine Punkte für einen Kombinationsangriff hier oder was am der Weg der Weg ist er da ist sie der auf dem Anhänger liegt da ist sie die Ruhe hier. Ich muss looten. Und die nächste rare Waffenkiste. Oder Geigenkoffer, wie auch immer man die Dingern vielleicht nennen soll. Eine Betonsteigklinge. Sehr schön. Nochmal Luxusgegenstände. Müssen auf die andere wechseln. 7, du bist dran. Dann haben wir als nächstes... Wo war'n der jetzt? Der war hier oben. Um und bei hier soll das sein. So, einsteigen. Weiter geht's. Fahren wir Querfeld. Egal. Können wir auch an unseren Ziel ankommen. Hoffe ich, dass wir uns hier wenigstens festfahren. Ups. I did it again. Hui. Bäm. Hast du das gesehen, Zombie? Doppel-Action. So, der andere soll jetzt hier irgendwo sein. Wo war denn der denn jetzt hier noch? Okay Meine Dame ist ausgepowert Großer Container. Mal schauen, was wir da drinnen finden Was? Was? Bitte? Eingesagt, aber wie? Ich könnte ein bisschen Hilfe benutzen Kein Raum Verdammte Axt! Das war jetzt aber keine Waffenkiste! Verdammte Axt! Das war jetzt aber keine Waffenkiste! Mistverdammter! Voll! Ey, wieso rennst denn du jetzt weg? Ach so So bleib mir hier, ich muss dir den Rucksack geben So, den Rucksack brauche ich, dann kann Das Ding da rein Und den brauchen wir einmal So, einen Slot wieder frei kriegen hier Und ihr hackt den da zum Brei Ja, einen Slot haben wir frei jetzt Das ist gut Und Auch voll das Magazin Finden wir gleich hier wieder bestimmt sonst wie viel So, durch mit dir So, da ist der Turm Hier auf dem Turm finden wir dann die andere Tadaaa! Unsere nächste Waffenkiste Eine Getriebekeule Okay Das war wirklich nicht der Spannendste der Welt Gut Aber wir sind doch schon wieder überladen Schau mal, ein Zombie Ganz neugierig hängt das am Zaun Ja Ja, die Ressourcen können wir auch gebrauchen Aber das muss ich ihn jetzt mal so machen So, nützt nix Oh Na, den holen wir uns dann mal Ja, treffend ist schon ne Kunz Oh Ey, ich bin am Nachladen, ja Das geht so nicht So, eins zu Schuss Besser ist Na, was hat die für Sorgen Na, was hat die für Sorgen Was hat die Gude hier für Sorgen Wo ist denn die? Oh, da Natalie Oh, echt jetzt? Oh, wieder daneben geschossen, ey Ruhe da unten Splash Neu tabiziert So Ja Wie viel könnte ich da hinbringen? Das ist auch eine gute Aufgabe Einfach nur eine Schnabel hinbringen irgendwo Wo will sie denn hin? Hä? Hallo? Ah, das passt ja Wir müssen ja sowieso zu unserer Base Mal ein Eimer leer machen Oh, schon zu weit Verdammt Straße verfehlt Hä? Hä? Oh, ey Wieso finde ich hier nie diese Straße? Kann dir mal einer von der Tür runternehmen? Danke Danke So, die bringen wir noch schnell weg Dann Dann den Wagen leer machen Und dann habe ich noch zwei Orte wo ich noch Kisten habe Die müssen wir uns denn jetzt noch fix gleich holen bevor es wieder dunkel wird Weil das wäre dann echt doof Das wieder im Dunkeln abzusuchen Ihr könnt das dann nicht sehen wo es ist Das ist dann immer ungünstig Und nicht der hier So, das war's mit dem Fling 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 Oh, das nächste Was ist der? Sprich mit einem Mitglied der Menschen Infos über beide? Sporttrieber Und die andere? Ey, bleib mal stehen Mechanik Oh, Mechanik Das ist gut Wir nehmen euch beide auf Das ist ja wunderbar Perfekt Mechaniker brauche ich Das ist gleich Zweisel ist natürlich Na ja Die haben da einfach mal Splash gemacht Ja Ab in die Ach, das wollte ich doch gar nicht Der sollte doch gar nicht ins Lager Das, das Geht auch mit ins Lager Geht auch mit ins Lager Gut Gut Achso, wir müssen die einfach reinbringen Jo Das hätten wir auch Ich muss nochmal schnell aktivieren, dass wir wieder Wasser kriegen Dann noch eine Mod Da, die Dünger Installation Tö, 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 tö Den Ruf nochmal Dann haben wir das soweit Ähm, ja Sollte erstmal Ausreichend sein So So, die Munitionspresse Gut So, Morty Hat auch noch Munition hinten drin Oder hinten drauf auf dem Rücken Das, das Das, das Das Ähm, Seven lassen wir jetzt aber hier Dass sie sich ausruhen kann Seven So, Gemeinschaft Der ist schon Rodrigo, der ist schon Natalie ist noch Recruit Ciao hat sich noch nicht erholt George George muss ja mal mit Zur Abwechslung Nee, der ist Seven Guck mal mit Lockert Äh, falscher Raum Wo ist Georgie, Boy? Nee, auf dem Außenposten Da nicht Hä? Verdiene ich eben gerade vorne? Da oben ist er doch. Komm mit Keule. Oh echt jetzt. Schnell mal hier. So. Kommst du Georgie? Ich möchte das Tor zu machen. Das hört dann nicht. Er macht das Tor auch wieder zu? Du? So. Munition. 44er. Sollte reichen. Aber Heilung kann er mal mitnehmen. Zwei haben wir da noch von. Das ist auch nicht gerade die Welle. Den müssen wir noch wieder mitnehmen. Und dann geht es los zu den letzten zwei Kisten. Die sind... Hier oben. Fahren wir mal mit dem Auto hier oben hin. In die Wallapampa. Und das Stück müssen wir näher laufen. Gibt ein bisschen Cardio-Training nebenbei. Ey. Wie gehen hier die ganzen Toten einfach rum. Beste. Aber ruhe dich jetzt, bevor es dunkel wird. So. Jetzt haben wir den Mechaniker wieder. Kann ich auf der Reparatur Kitz bauen. Okay, wird das zu warm im Auto oder wie? Ach, jetzt macht er die Tür nicht auf oder was? Schlawiner! Nein, mit dir wollen wir uns jetzt hier eigentlich weniger anlegen. So, Weg finden. Wir müssen nämlich hier hinten irgendwo hin, da runter. Oh. Na gut. Was klebst du dich denn da ins Auto? Yeah! Gut. So, Jungs. Auf geht's. Einmal hier diesen Pfad entlang laufen. Hier gleich unter der Brügge gibt es auch noch so eine Kiste. Hey. Blödes Vieh. Hier ist einmal eine Kiste. Und einmal ein Bastardschwert im Nachbau. Oh. Schauen wir mal was hier noch bei ist. Wenn wir schon hier sind. Naja. Ein paar Ersatzteile. Ja. Und die andere finden wir hier hinten gleich. Wo kommt der Zombie denn jetzt her? Splash! Okay. Los komm, imma hook your pack. Zack! Haha. Teamarbeit. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da hätten wir sie. Na, ich hab das ja schon mal, äh, mit einer anderen Gemeinschaft gemacht. Deswegen hab ich hier die Waffen jetzt alle offen gelassen. King Voyager. Da wechseln wir aber auf den anderen. Dass der jetzt die Sachen mitnimmt. So. Das waren dann die Kisten alle. Alles klar. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sonst bis zur nächsten Folge von State of Decay. Also. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch. Und Tschöle.